Hallo und Willkommen. Können Sie das Spiel live verfolgen auf dem Kanal SkySport Bundesliga 3, des Einspieltags der 2. Bundesliga, SV Darmstadt 98, Fortuna Düsseldorf, diesen Sonntag, 4. August 2024 um 13.30 Uhr. Das Endergebnis wird nach Ende des Spiels in der Videobeschreibung hinzugefügt. Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit und bis bald!